Bin ich hier? Ähm, gut. Wieder einen Schritt vor und wieder zwei zurück, oder was? Ähm, mal gucken, ob es jetzt, wenn ich hier lang gehe, was passiert? Bin ich wieder hier? Ach so! Okay, wartet mal, ich mach's nochmal weg. Ähm. So, jetzt muss ich eigentlich hier wieder rauskommen. Gut. Ja, ich werde das lange rausschneiden. Bis gleich. So, wir kommen zurück. Ja, musst einfach einen Schritt vor, zwei zurück. Und beim letzten Mal muss einfach wieder eins vor. Und dann war man hier. Also, das war richtig, wie ich gedacht hab. Du hast den Aufschrei meiner quicken Seele gehört. Ich werde prüfen, ob du wirklich die Macht des Erlösers besitzt. Ja, wie denn? Willst du mir einen Endschein vorsetzen, oder was? Leck! Ein Moment. Okay, wieder da. Oh Gott! Eine Mumie, oder was? Ich töte dich lieber mit das, weil du Stein bist. Ah, was ist mit dir los? Oh, oh! Er wirft mit Bällchen. Ah! Lass mich in Ruhe! Stirb! Oh, sie machen meine Bomben mehr Schaden als mein Schwert, deswegen. Au! Okay. Okay. Komm her, komm, 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 komm. Ah! Nein! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Nein, nein! Oh! Fuck, 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 fuck! Ah, nee, der Schleim war auch ein Bossfight, genau. Oh! Moment mal, ich muss ja lieber mal einen Kraut nehmen. Okay, wieder zurück zur Bombe! Und bomben wir dieses Ding weg. Ah! 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 Stör mal meine Höhlen-Spirale! Ah! Ah! In your face, Alter! Da, es trägt zwei Bomben. Da, hier ist noch eine. Ah! Lass mich! Ah, du musst mich umbringen, oder was? Lass, ey, du bist so eine Missgeburt. Ah! Nein! Was machst du denn? Du musst angreifen. Nein! Ah, getroffen. Lol, lol. Hahaha, wie geil! Ah! 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 Stirb! Ah! Ja, ich bin ja überlegen! Tja, stirb! Ah! Gut. Ah, lass mich in Ruhe! Das geschieht dir recht. Lass mich, lass mich! Lass mich, Lami, Lami, Lami! Salami! Au! Ich habe lieber meine Unkraut. Zum Glück konnte man hier so viele finden, ey. Da, stirb! Au! Nein! Toll! Das verpasst jetzt. Okay, lol. Schön, dass du so blöd bist, ey. Ja! Er ist weg! Er ist der Aua! Au, au, au! Hier auf! Die Siegerpose! Hier drauf stellen! Jetzt hier! Und Alundra hat gewonnen! Siegerpose! Hallo! Aha! Bä, bä! Bä, 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 bä! Bä, 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 bä! Bä, 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 bä! All right! Danke, meine Fans! Ja! Danke, danke! Gut! Ja! Das Level war scheiße, ey. Richtig scheiße. Äh, Glaskuppelmann! Schüttel mich, da kommt Schnee! Ich kenne deine Macht. Eine solche Macht habe ich seit ewig grad nicht mal gesehen. Vielleicht bist du der, von dem gesprochen wird. Im... Ne, wir dem. Gesprochen wird im... Ich muss dir die Wahrheit sagen, tapferer... Tapferer Krieger. Ich bin Lars, oder Mars, oder Snickers, oder Bio... Äh, Bounty. Eine der sieben Geschmacksrichtungen des Landes. Ich habe die Aufgabe, die Schokolade in den Mund der Männer zu bekommen und Frauen auch, um sie zu schützen. Du, tapferer, du hast die Macht des Snickers, deshalb musst du Mars zerstören. Er will die ganze Füllung in seine Dunkelheit stürzen. Jetzt befähigt er die Haribos, damit er in den Haribo-Zug kommen kann. Hör mir gut zu, Erlöser. Du musst die sieben heiligen Geschmacksrichtungen benutzen, um das Siegel zu brechen. Und Mars mit einem mächtigen Haribo-Angriff zerstören. Du bist wirklich würdig, mein Geheimnis zu erfahren. Welches, welches? E-ne-me-ne-mo. Raus, Besto. Ich esse meinen Schuh. Das passt das Juhu. Ich nehme die Ehrte einfach mal. Eine Schriftrolle. Erdschriftrolle. Alter. Jetzt habe ich eine olle Schriftrolle, die vor Millionen von Jahren in dieser Truhe vergammelt. Ah, ich kann noch eins nehmen. Nur das hier. Hey. Lebenstil, Mann. das ist doch nicht bei mir aha erwischt man ich hab dich erwischt ja was ist das im kristall ich werde dir das erste heilige wappen übergeben ein wappen mein wappenerlöser du musst die übrigen sechs finden bevor mars dieses land durch die morgue zerstören der jahre noch ein komisches wenn die sieben heiligen wappen vereint wird das siegel zerschmettert und mars wird 60 wird sich zeigen wird sich zeigen die wäsche dieses landes werden dich bis zu dieser gegenüberstellung führen sei vorsichtig erlöser wenn ich wenn ich gehe werde ich den land werde ich den weg beleuchten der durch die welt dem lebende zurückführt was bin ich tot oder was hallo ich will springen so es macht einen pflanzen kaputt pflanzen kaputt machen oh gott unheimlich hat die geschützt mit einem unsichtbaren sauber nein aus hier die gruppe scheiße wirklich hallo friedhof war es vorher nacht was letztlos hoffentlich kommt nie wieder rein wo sind die blumen hin arschlöscher ich gehe jetzt mal in gollum zu hause her haus von gollum aha er säuft viel er hat was er hat da oben einen hasen im bitt ist das ein hase 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 ich mag hasen mein hase mein hase wir gehen wieder weg da er hat einen keller er hat einen keller ich meine keller okay aha was macht er denn hier eine zeremonie oder was aha was steht denn hier wenn sich der tag aus dem schatten erhebt wird die nacht erhellt dinge in der ist die erste dunkelheit kommen werden im warmen licht der ewigkeit zugrunde gehen also daraus schließe ich dass man diese dinge hier anzünden soll wie denn solch irgendwie ein feuerzeug nehmen hier leon leon gibt mir ein feuerzeug hallo nein es leckt leck du gollum ich springe auf deinen kopf 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 das geht leider nicht denn sein kopf besteht nur aus feuchter luft und wenn ich drauf trete bitte platzen wie ein ballon was ist denn hier los gut gehen wieder rein was geht ab fett sagt lala lala lapa bippen bippen lana 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 spielstatt speicher da 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 b etcetera 1 uhan all an f National hat auch Oh, erst 20 Minuten? Okay, machen wir weiter, natürlich. Was willst du mir sagen? Hallo, Fett, sag. Oh, ist du schon Alundra? Boah, mehr und Nadja sind beide krank geworden. Die ist doch, wir sind nur Alundra. Du hättest dich am anderen Strand ausfüllen lassen sollen. Verstehst du, was ich meine? Du kleiner Hurensohn. Sagen, ich bin der Schuld! Ja! Willst du mir sagen, ich bin schuld, dass ihr die ganzen Dinger passiert oder was? Ich bin euer Einlöser! Arschloch. Da, Vogel, hauert man. Das schneide ich die Kehle durch. Wo ist denn diese komische Nadja? Warum muss die Tür zu? Die ist auch die Tür zu. Ey, wie geht man zu Septimus Prime hier? Septimus Prime ist auch nicht so. Was ist denn mit Septimus Prime passiert? Batsch, tot. Krabbel, äh, Rabe. Nicht Krabbel. Okay, hier ist das offen. Und hier ist auch was offen. Geht, gehen wir erstmal hier rein. Ach, das andere war die Wahrsagerin, oder? Was geht ab? Oh, der Tisch ist ganz kaputt. Hier ist ja gar keiner. Das ist ein kleines Mädchen. Und hier ist eine Frau am liegenen. Hallo, Frau. Äh, Bonnet. Oh, ne, lieber. Alundra, wie immer, kommst du genau im richtigen Moment. Hoffentlich ist Nadja auch in einem Atom gefangen. Und wir wissen beide, dass du der Einzige bist, der die Macht hat, ihr zu helfen. Ja, ich habe aber erstmal keinen Bock. Ich gehe Kaffee trinken. Ich habe gehört, dass Nadja sagt, dass Tag nicht bei Geschlafen hat. Kein Wunder, dass ich...